. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wer kommt früher, die Mädels oder die Flut? Mal schauen. Oh! Aber was anderes, ne? Schneller! Zackig! Die Flut! Kennt ihr die Flut? Ah! Schon ein schönes Kleid. Sehr, sehr schön. Meine Kleine Nicole, wie geht's dir? Alles gut? Ich bin gut, danke. Sehr schön. Okay, dann komm, lass uns gleich singen, schöner Titel, große Emotionen. Tens, I rise up, rise on good day, I rise up, rise on afraid, I rise up, and I'll do 80,000 times again, for you, 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 for you. For you, for you, for you, all we need, all we need is hope, and for that we have each other, and for that we have each other, yeah, we will rise, we will rise, we will rise, we will rise. Oh, we will rise, I rise up, rise like the day, I rise up, in spite of the anger, I rise up, and I give it all the time again. Ja, Mädels, wenn ihr die ganze Zeit immer singt von Rise Up, kommt natürlich das Wasser auch mal weiter nach oben. Ja, also wir werden ja noch weggespült. Lorna, das war eine gute Leistung. Toll. Also mit der Klamotte, die sieht geil aus. Ich glaube, du hast mir noch nie so gut gefallen wie heute. Danke. Danke, Dieter. Lorna, ich bin super glücklich, dass dir dieser Geniestreich gelungen ist, so weiblich, so gefühlvoll. Alles, was mir bisher immer gefällt, hast du heute gezeigt. Aber ihr habt alle heute etwas gezeigt, was ich bisher nicht gesehen habe. Aber Pietro und Lorna, da hakt es irgendwie. Lorna, ich glaube, du denkst, ich habe was gegen dich. Ja, aber ich habe wirklich nichts gegen dich. Mir hat es nicht gefallen. Trotzdem siehst du sehr schön aus, muss ich dir sagen. Und vielleicht ändert sich das noch bei mir, dass ich da mehr in dir sehe. Nicole, du hattest schöne Elemente so drin, aber du hast auch echt viel schief gesungen, sage ich dir ganz ehrlich. Schief mit Gefühl halt. So, war ja bei mir damals auch nicht anders. Ja, stimmt. So, deswegen kann ich da nicht irgendwie mit dir motzen. Du hast diese Natürlichkeit, so klein. Du stehst da einfach und haust irgendwie deine Sachen da weg. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke schön. Katja, ich weiß, dass du immer noch angegriffen bist. Und du gehst volles Risiko, du haust die Dinger raus. Du weißt nicht, ob sie kommen oder nicht. Das rechne ich dir ganz, ganz hoch an. Und du bist eine fantastische Sängerin. Katja, für mich bist du die beste Sängerin im Wettbewerb, ganz klar. Auch wenn es nicht dein bester Aufritt war, aber du bist wirklich zu krass, wirklich. Danke schön. Jetzt ab in die Wärme und vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke schön. Ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen. Was ich gerade empfinde, habe ich noch nie in meinem Leben empfunden. Overwhelm. Es ist fuck, Alter. Ich bin auch so glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Ob sie es in die nächste Runde geschafft haben, wird sich erst zeigen, wenn alle aufgetreten sind. Bis dahin können sie sich feiern lassen. Mega. Diva kommt her. Ja, genau.